Herr Abgeordneter Fahler, Sie haben jetzt das Wort. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Klimamaßnahmepaket der Großen Koalition stützt sich auf die These des CO2-Treibhauseffekts. Der wissenschaftliche Beweis für diese These ist in den vergangenen 30 Jahren nicht erbracht worden und wird auch in den kommenden 30 Jahren nicht erbracht werden können, denn es handelt sich um eine reine Propagandathese, ein Billionen schwerer Raubzug auf die Geldbeutel unseres Mittelstandes und aller Leistungsträger unserer Gesellschaft. Erst im Juli haben 90 italienische Wissenschaftler, hauptsächlich Physik- und Geologieprofessoren, eine Petition an die politischen Verantwortungsträger gerichtet. Darin heißt es, ich zitiere, viele neuere Studien, die auf experimentellen Daten basieren, schätzen jedoch, dass die Klimasensitivität auf CO2 deutlich geringer ist als die, die in den Modellen des IPCC angenommen wird. Ein Einschub von mir, das ist das Gremium bei den Vereinten Nationen, das weltweit allen Menschen weismachen will, dass wir kurz vor einem Verbrennen der Erde stehen, wenn wir den CO2-Ausstoß nicht drastisch reduzieren. Ich zitiere weiter, die weitreichenden alarmierenden Vorhersagen sind daher nicht glaubwürdig, da sie auf Modellen basieren, deren Ergebnisse im Widerspruch zu experimentellen Daten stehen. Weiter sagen die Wissenschaftler, alle Beweise deuten darauf hin, dass diese Modelle den anthropogenen Beitrag überschätzen und die natürliche klimatische Variabilität unterschätzen, insbesondere die durch die Sonne, den Mond und die Meerestemperaturschwankungen verursachte. Man kann es auch viel einfacher sagen, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre war in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden und Jahrhunderttausenden schon mehr als 20 Mal höher als heute, aber die Erde ist bis heute nicht abgebrannt. Und dem CO2 ist es egal, ob es beim Hausbrand entsteht oder in der Natur entsteht durch die Photosynthese oder sonst was, es ist immer CO2, ein geruchloses, geschmackloses Gas, auch wenn Sie das nicht begreifen. Ein Jahr lang wurde der Bundesbürger medial weichgeklopft und jetzt bekommt er mit dem Klimapaket die Rechnung präsentiert. Das Klimapaket der Bundesregierung soll bis 2023 angeblich 54 Milliarden Euro kosten. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Jetzt findet nur der sanfte Einstieg statt mit 10 Euro pro Tonne CO2, die zu zahlen ist, wenn das in die Atmosphäre kommt. Das ist der Anfang, aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren soll das 10 Mal so hoch werden. Das wird jede einzelne Familie in unserem Land mit Tausenden Euro belasten, denn das sind nicht nur Mehrkosten bei den Mieten, beim Sprit, das ist bei allen, bei Transportwegen, wenn die Lkw mehr Geld kosten und, und, und. Das heißt, diese Steuer wird durchschlagen an alle Endverbraucher. Und das haben Sie jetzt als Einstieg von der GroKo beschlossen. Und zwar ohne jeden Sinn und Verstand. Die GroKo sagt, sie wollen die CO2-Steuer sozial gerecht gestalten. Das Gegenteil ist richtig. Es werden die kleinen Leute und der Mittelstand geschröpft. Die Gutverdiener profitieren von ihren angeblichen Entgegenkommen, dass mal ein bisschen was getan wird bei der Pendlerpauschale oder dass ein bisschen was getan wird an dieser oder jenen Stelle oder Zuschüsse für ein Elektroauto zu kaufen, was keiner haben will und so weiter. Aber in Wahrheit wird die Masse unserer Bürger geschröpft. Sie sagen, sie wollen die Strompreise senken. Das Gegenteil ist richtig. Die Strompreise werden weiter steigen. Wir haben jetzt schon die höchsten in Europa. Über 30 Cent. Ja, was glauben Sie eigentlich, wie gern und freudig neue Firmen Sie in diesem Land noch ansiedeln werden, wenn die auf solche Strompreise stoßen? Dazu komme ich gleich noch. Frankreich hat halb so hohe Strompreise. Warum? Weil die die Kernenergie nicht vorzeitig abgeschafft haben. Im Gegenteil, die setzen auf Kernenergie und dort werden wir unseren Strom kaufen müssen, wenn sie diesen CO2-Ihrsinn weiter praktizieren. Olaf Scholz sagte, was wir hier tun, sichert Arbeitsplätze. Also, ich weiß nicht, wo Herr Scholz lebt. Wir leben in Deutschland und das Gegenteil ist richtig. Mit der CO2-Steuer wird eine flächendeckende Arbeitsplatz- und Wohlstandsvernichtung eingeleitet mit dem Ergebnis, dass wir unseren Sozialstaat verlieren werden. Merkel sagte, wir machen das nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil es so massive wissenschaftliche Evidenzen gibt, dass das neue Wort, um zu verschleiern, dass die Wissenschaft eben nicht aussagt, dass der CO2 Ursache der Erderwärmung ist. Das Gegenteil ist richtig. Die Politik der Dekarbonisierung ist in Wahrheit eine Politik der Deindustrialisierung Deutschlands. Sie sagen, ich zitiere aus dem Eckpunktepapier, die Bepreisung hat nicht das Ziel, Einnahmen für den Staat für andere Zwecke zu erzielen. Das ist der größte Schwindel in diesem Paket. Denn die Steuerschätzung vom Mai 2019 offenbarte eine Finanzierungslücke der öffentlichen Haushalte im dreistelligen Milliardenbereich. Die im Eckpunktepapier enthaltenen Belastungen stehen zu den Entlastungen im Verhältnis von 3 zu 1. Dieses Verhältnis verstärkt sich mit jedem Jahr zulasten der Bürger aufgrund der geplanten Anhebung der CO2-Steuer von jetzt 10 Euro auf bald schon 100. Und viele fordern sogar bei den Grünen und bei den Umweltverbänden 180 Euro pro Tonne. Dann sind viele Firmen jetzt aktiv von der Pleite bedroht. Wir werden einen Exodus an Arbeitsplätzen in diesem Land erleben. Kritiker des Maßnahmenpakets sagen, die Luftbesteuerung würde keine Lenkungswirkung entfalten, da die Höhe der Steuer zu niedrig sei. Das mag schon sein. Aber die Umweltverbände haben schon ein Riesenergebnis erzielt. Die permanente Hetze gegen den Diesel mit der CO2-Lüge unterfüttert, hat schon dazu geführt, dass wir massive Einbrüche bei den Arbeitsplätzen, bei den Autozulieferern haben und dass die großen Autofirmen massiv Arbeitsplätze abbauen. Ich bringe nur beispielhaft ein paar Zahlen. Aus dem Bereich der Zulieferer. Bosch hat gesagt, beim Diesel haben wir zehn Mitarbeiter, beim Benziner noch drei und beim E-Auto nur einen einzeln. Das heißt, die werden ihre Belegschaft auf ein Drittel runterfahren. Kontinental haben angekündigt, mit dem Aufsichtsrat vor einigen Wochen 5.000 Arbeitsplätze abzubauen. Male hat angekündigt, 380 zu entlassen. Schaeffler baut 700 Stellen ab. Autotest Eisenach GmbH. Der Automobil entlässt 154 Mitarbeiter. Weber Automotive hat Insolvenz angemeldet. Ende Juli ging der Zulieferer Eisenmann in die Insolvenz. VW baut 7.000 Arbeitsplätze ab in Hannover und Emmen. Audi 10.000 in Ingolstadt und Neckarsulm. BMW 6.000 vor allem in München. Hydro, der Aluminiumhersteller, baut 700 Arbeitsplätze ab. Die meisten anderen Aluminiumwerke haben bereits Deutschland verlassen, weil die Strompreise nicht bezahlbar sind, auch für die Industrie nicht mehr. Viele andere haben schon auf Kurzarbeit umgestellt. Und jetzt muss ich Ihnen eins ganz klar sagen. Der größte Arbeitsplatzvernichter in diesem Zusammenhang, das ist die große Koalition und das sind auch Sie, die Kenia-Koalizierung in diesem Land. Bei uns wollen Sie 16.000 gute Arbeitsplätze vernichten mit dem Kohleausstieg. Das sehen wir jetzt schon, wozu das führt. Romonta ist bei uns in Mansfeld-Südhauts der Kernbetrieb, den man erhalten muss. Warum gehen die pleite, wenn sie pleite gehen, was wir hoffen, dass wir es verhindern können, weil die CO2-Zertifikate kaufen müssen für 8,5 Millionen mittlerweile. Wenn der Preis weiter ansteigt, dann sind die pleite. Das darf nicht sein. Dieser CO2-Schwachsinn muss gecancelt werden. Dem Burgenlandkreis usw. will das nicht vertiefen. Und Sie haben diese Kenia-Koalition nur zusammenbasteln können als Zugeständnis für die Grünen, dass unsere Braunkohle stirbt. Und das werden wir Ihnen noch wirklich um die Ohren hauen, weil Sie betrügen damit die Leute in diesem Land. Und das ist das Wert von Herrn Haseloff. Das muss man ganz deutlich so sehen. Die Automobilindustrie ist unser wichtigster Industriezweig. Die Pkw-Produktion... Sehr geehrter Herr Kollege, Ihre Redezeit ist geendet. Das Einzige, was ich jetzt noch anführen will, ist, ich freue mich schon auf Ihre Redebeiträge und werde dann noch mal eine saftige Erwiderung machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter.